Ich will euch mal einen ganz kurzen Blick in die Option werfen. Boah, Alter, sind die umfangreich. Alter Schwede, da sehe ich überall hier Sound-Volume und Music-Volume. Geil, ey, geil. So viel Optionen hast du dir ja noch nicht erlebt. Ich glaube, die Musik kann ich mal ein bisschen leiser machen. Extremisten haben wichtige Verkehrswege mit ausrangierten Frachtcontainern blockiert. Zerstöre die Blockaden, indem du sie rammst und sammle Nitro-Booster für jeden sauberen Treffer. Ja, es ist wahr. Extremisten haben tatsächlich Frachtcontainer in der Stadt verteilt und wir müssen sie aus dem Weg räumen. Ganz recht, ihr habt richtig gehört. Frachtcontainer in der Stadt, in Frankfurt, mittendrin. Wie geht das? So, Explosiv-Dinger. Halten wir uns von dem Ding fern? Oh, scheiße. Wir laden nochmal. Alter, ich bin noch nie so lange unfallfrei gefahren. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein. Oh, 96%. Das ist Wahnsinn, die Busse. 98%. Warum sind hier so viele Busse unterwegs? Warum wackeln die so? Patrouliere so schnell wie möglich entlang der Route, vermeide Zusammenstöße mit anderen Verkehrsteilnehmern und sammle Nitro-Booster für jeden fast Zusammenstoß. Erstens, Punkt zu Punkt folge den grünen Pfeilen und weiche dem Verkehr aus. Das ist definitiv eine Aufgabe, die eine Polizeistreife machen muss. Hier müssten wir langsamer bremsen. Oder können wir einfach drauf losrasen. So. Nö, scheinbar müssen wir. Hä? Crash? Hm? Ich verstehe das nicht. Ja, ich kann nur die Dinger umkippen, aber ich kann das Ding nicht erwischen. Jetzt schüttet man diese Scheißfeuer. Ja, endlich. Jetzt. Ich will an diesen Dingern vorbei. Ich will das Healthpack. So. Yeah. Yeah. Dafür hat man keine Worte. Und hier ganz klar, ja, hier hat man eindeutig super mit den Texturen gearbeitet. Das ist hervorragende Programmierarbeit. So. Äh, ja. Den haben wir erst mal erfolgreich aus dem Weg geschafft, weil der nur da unten rumbackt. Halte sie durch gezielte Kamerambolagen von der, äh, von den Flucht ab. Genau, ich soll sie von den Flucht abhalten. Hm. Damit sie, äh, damit sie der Jahr nicht wieder tun. Nein! Fuck. Aber die Punkte haben noch gezählt. Die Punkte haben noch gezählt. Ha, 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 ha. Okay, Leute. Die vorletzte Mission ist endlich geschafft. Jetzt den gleichen Weg rückwärts. Yay! Ha, ha, ich freu mich nicht. Äh, und sowas von gar nicht. Naja. Mal gucken. Vor allem auch diese überdimensionalen Straßen sind wahnsinnig toll und wir befinden uns doch in Frankfurt, oder? Warum haben wir englischsprachige Geschwindigkeitsschilder? Kann man das jemandem mal verraten? Da, ich habe Koffer. Alter, sein Gesicht wackelt. Wie geht? Alter, ey. Ja, das ist zufälliger Alltag. Also, da sind auch mal vielleicht in der Großstadt da Extremisten und die... Oh, wir haben sogar Rang A geschafft. Da sind zufälligerweise Extremisten. Die haben einfach mal riesige Container mitten in der Stadt platziert. Das geht ganz einfach. Soll das etwa dem deutschen Straßenverkehr auf Autobahnen widerspiegeln? Dass alle wie bescheuert rumfahren? Nichts besseres als einen Wagen aus dem Weg zu rahmen. Das ist wie Cobra 11, nur wesentlich langweiliger. Arrived in time. You passed all levels. Ja. Ja. Ah. Hoch. Ich habe ein bisschen auf den Tisch gewackelt. Vor lauter Freude, dass wir dieses Spiel gespielt haben. Geschafft haben, natürlich. Ich sollte nicht zu sehr überanstrengend sein. So, ja. Nitroboost. 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 Warum kriegen wir immer Nitroboost, wenn wir einen Wagen erwischen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wirft uns irgendwie eine Nitroflasche zu oder wie? Nitroboost. Nitroboost. Wenn ich für das Wort Nitroboost einen Euro bekommen würde, Ich hätte jetzt schon 6 Euro. Nitroboost. 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 Können wir mal wieder... Ja, Garton. Nitroboost für jeden Treffer. Äh. Wir haben eins angerammt. Noch eins. Das müsste jetzt eigentlich mitzählen. Das müsste jetzt. Das müssen Sie hin finden. Untertitelung des ZDF, 2020